Ah scheiße, nee, sorry, ich muss downloaden, downloaden, hä, ich muss abloaden Ich denke, nein, okay, man kann währenddessen keine Tasks machen, sehe ich gerade, oder? Oh, tatsächlich, äh Äh, what, what? Äh, what? Äh, oh, äh, excuse me? Wie, äh Was ist das denn? Okay, nice Was guckst du denn sonst? Ich weiß es gar nicht Hinter mir wird einer getötet und mir wird's in die Schuhe, so Jo Alarm Okay, hallo 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 Rays Leiche liegt in Electric Interessant Okay, Lila kann das nicht gewesen sein, Lila war die ganze Zeit mit mir unterwegs Das ist... Tizzy 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 Kalle, was hast du gesehen? Ich hab Dardos schon irgendwann nicht mehr gesehen, der ist... also ich bin tatsächlich bei dem, äh, Blätterding stehen geblieben und er ist weitergegangen, ich weiß nicht, ob er zur Navigation oder zu Shields gelaufen ist Äh, Kalle, da habe ich eine wichtige Frage, bevor oder nachdem du Dardos getötet hast? Äh, nee, 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 nee... Ich bin mit reingelaufen Grün Ich bin mit reingekommen Ich und Lila Wo kamst du denn? Ach, ihr wart zusammen Ja, ja, wir waren ja in Navigation, äh... Ah, okay Also, wir sind dann quasi einmal über Shields und dann halt Admin da... Kartenspalten Wie viel Zeit haben wir noch? Als das Licht aus war, ähm, wer hat das Licht angemacht und wie viele waren da mit im Raum? Ich nicht Ich und Lila nicht Ich war gerade in Lower Engine gewesen Ja, das Problem ist... Und der Mörder wahrscheinlich Als es nicht wieder anging Als es nicht wieder anging, bin ich nämlich an Elektro vorbeigelaufen Da ist mir Grün entgegengekommen und Blau... Kann ich sein Ich war nie Elektro Nie? Dann war es irgendjemand anders schon wieder, okay Aber Blau auf jeden Fall Ja, anscheinend bin ich farbenblind, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist Also, Kalle, ich vertraue dir nicht, es tut mir leid, Kalle Ich war... Low Blower Engine, oder was meinst du? Genau, auf jeden Fall sind ein paar entgegengekommen Oder welches Blau meinst du? Aber da war noch keine Leiche da Dardosch Blau oder mein Blau? Wow Hmm Hm Hm Lefty Mal Ich streng, dentro Alter was sind fixCloud Ja Frau Wie geil ist das denn, ey? R길 Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das in 3D. Sehr gut. Na? Alarm! Alarm! Ich bin zu doof für diese Welt. Ja, ich schloss auch nicht. Bei den Kameras. Mhm. Und bin dann weiter Aufgaben gegangen, hab aber gesehen, wie Gelb reingelaufen ist. Und nie wieder rauskam. Ich dachte mir so, okay Gelb, hahaha, ich hab dich erwischt beim Wenden. Und der ist tot. Wo? Wo? In Mad Bay. Also das muss ein Vent Kill gewesen sein, weil ich keinen gesehen hab, der da reingelaufen ist. Sepp und Sven auf jeden Fall Crewmates. Das kann ich sagen. Grün, Pink, Lila waren die, die alle in Admin die ganze Zeit standen. Ich war die ganze Zeit bei Darlucat, zumindest die letzte Zeit. Ja. Und ich halt. Grün, Pink, Lila, das ist Sven, Sepp. Also wenn wir uns auf eine Seite stellen, komm ich stell uns mal hier so zu range. Okay. Also dann können wir. Ihr wart ein Admin, ja? Wir standen Admin. Wir waren alle Admin. Ja, ja. Ich kann mir nicht alle Farben merken, aber ich kann mich an Pink erinnern. Grün, Pink und Lila. Also Kalle kam mir aus Lower Engine entgegen, ist also am Kameraraum vorbeigelaufen. Dizzy kam aus Storage. Ja. Und für mich. Kalle ist, Kalle ist glaube ich, Kalle ist aber Reaktor gegangen. Das habe ich gesehen in den Kameras. Wir haben eine Frage, kann man nicht von Kamera auch in der Map Bay wenden? Ich glaube sogar fast, das ist ein Reader-Safe-Report. Also. Was? Quatsch. Darlucat, wo warst du? Ich habe Licht angemacht. Und danach? Kam mir Kalle entgegen und ist erst weggegangen von mir und hat sich dann nochmal umgedreht. Also du hast auch Darlucat gesehen, ja? Ich habe Darlucat die ganze Zeit gesehen. Als die Lichter hingegangen sind, stand Darlucat schon quasi an den Lichtern dran. Vielleicht liegt die Leiche auch schon länger da. Darlucat hat einen Madbag gekillt, ist rückwenden und die Lichter angemacht. Wer kam denn als letztes in Admin rein? Hä? Würde ich doch gar nicht machen, dann habe ich doch viel gemacht. Ich weiß es nicht, ich habe die ganze Zeit die Karte versucht anzuschreien. Ich glaube Pink war der letzte, der da reinkam. Lila hat die ganze Zeit an der Tür geluschert und Sepp und ich haben versucht die Karte zu machen und wir werden es diese Runde nicht mehr hinbekommen. Ich auch nicht. Wir müssen vorher die Imposter finden. Aber ich glaube, Mike kam als letztes glaube ich. Ne, Mike ist relativ safe. Also ich habe den neuen Admin gesehen. Achso, ich wollte es nicht. Hier steht es denn. Das ist wieder der Mute. Das ist schon wieder. Mute. Er ist schon wieder Darlucat. müsste da ja theoretisch müsste da ja theoretisch in links jetzt auch noch mal ankommen in storage ja Ich muss gucken, ob einer tot ist. Das wird jetzt gefährlich, weil jetzt müssen wir ihn voten, sonst sterben wir direkt nach dem Meeting. Ne, 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 ne. Es ist ein Emergency Meeting. Ja, aber der Cooldown läuft weiter runter. Das heißt, die Killer haben Cooldown ready nach dem Ding. Aber den hast du doch wahrscheinlich die ganze Zeit ready, weil keiner gekillt wurde. Oder sehe ich das falsch? Das stimmt. Ich möchte ganz kurz, was ist das denn jetzt für eine Aussage wieder? Ich hab mal ganz kurz ne Frage. Ja. Dalu Kahn. Du hast ja eben gerade scheinbar die Task an der Upper Engine gemacht, richtig? Benzin auffüllen, ja. Richtig. Wann hast du den Benzin geholt? In zwei Runden davor. In zwei Runden davor? Ja. Der trägt die ganze Zeit den Kanister mit sich. Ich kann doch den Kanister einfach mit betragen, das juckt ja keinen. Das war plötzlich bei mir in Shields. Als ich Kalle hinterher gelaufen bin, um ihn zu beobachten. Plötzlich, weil ich über Weapons gelaufen bin, dir die ganze Zeit hinterher gelaufen bin. Also erstmal O2 unten angemacht. Ich hab' ich ja nicht gesehen. Ben hat O2 unten nicht anmachen wollen und ist nach Mad Bay gelaufen. Also nicht mal zu dem unteren, sondern auch nicht zu dem oberen. Korrekt. Und die zu oben waren auch nur, die sie, äh Quatsch, die sie, Kalle und ich. Ja das ist richtig. Wer war denn nicht am Reaktor? Muss man an der Stelle sagen. Ja keiner der sich bewegt hat. Wer war denn am Reaktor? Wer war denn am Reaktor? Ja eben. Der Reaktor ging an, als vier Leute daneben standen. Das finde ich ein bisschen strange, den Reaktor anzumachen, wenn vier Leute direkt daneben stehen. Ich weiß schon. Ist wer gestorben? Nee. Ja klar doch nicht. Dann ist das aber schon strange. Ja genau. Sag mal ein Bad, äh... Es wird irgendwer gemacht haben, wenn ich da in der Nähe war. Was heißt denn hier Bad? Ich wollte einfach nur wissen, was du da gerade schon wieder veranstaltest für den Scheiße. Nein ich meine nicht in die Emergency. Ich meine das schlecht war den Reaktor anzumachen. Ja wer war denn nicht am Reaktor, als er anging? Ja ich? Ich habe als letztes Reihen. Auf jeden Fall. Oder als einer der letzten. Oh. Es waren auch nur fünf Leute da oder so. Deswegen, ja. stealthen Reaktor oder nicht nach, wer über den Sche Speed zu entscheiden? Dr Thanksgiving時間. Wir machenيف zu können. Wir gehen. Der ist teilt. Stille. Ahem. Alarm. Immer noch nichts passiert. Sven ist tot. Grün und rosa schließe ich dafür aus. Ja, Dalu war in der Nähe, ist so ein bisschen durch die Gegend getingelt. Hab ihn aber viel gesehen. Also ich habe gesehen wie blau und rot in Weapons reingelaufen sind. Also Kalle und Jay und Sven stand vor Weapons. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Ich habe Sven gar nicht gesehen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Es sind reingegangen. Du hast ihn natürlich gesehen. Nein, ich habe Sven, Kalle und mich nach rechts reingehen sehen. Und ich glaube, Dalu ist hier in Cafeteria gewesen. Grün ist glaube ich mit Admin gegangen und so weiter. Und dann bin ich halt hinterher gegangen. Kalle stand bei Weapons, hat dann seine Aufgaben oder was auch immer gemacht. Und ich bin dann weiter nach unten gegangen und habe Sven nicht einmal gesehen. Also ich bleibe auch bei Kalle ehrlicherweise. Der erste Mod ist dann mitgelaufen mit jemandem und jetzt ist er wieder bei Sven in der Nähe. Aber da war kein Sven. Ey das stimmt halt null, dass ich bei Sven war. Ich bin gerade zu Weapons gegangen. Moment, jetzt will ich hier mal was machen. Stopp mal, stopp mal, stopp mal. Halt stopp. Ich will eigentlich diese Kartenscheiße machen. Was aber einfach nicht funktioniert bei mir. Ich stehe da seit einer halben Stunde in Admin und es war niemand da. Also es war niemand bei mir in der Nähe, der mich hätte sehen können. Wir haben nur noch 30 Sekunden und wir müssen einen Voten. Also Dizzy kam aus Storage aus der Richtung. Für mich ist es Mike, weil der mich schon den ganzen Tag beschuldigt. Nein, Mike kann es nicht sein, Mike kann es nicht sein. Tut mir leid, Kalle. Ja, aber ich muss dich ja beschuldigen, weil du mich die ganze Zeit auf mir rumpackst. Okay. Ja, ist so. Ja, ist gut. Und verloren, geil. Ja, ist so geil. Das war ganz gut. Ich hab gesehen, wie Jay Reaktor gecrollt hat. Er ist im Gang stehen geblieben, hat sich ein bisschen bewegt und dann ging Reaktor an. Ich hab geguckt, wer da noch alles um mich herum ist. Ich sag euch, wie es ist. Es war auf jeden Fall Jay. Ich bin die ganze Zeit für Jay. Gut, dann sind aber Jay und Kalle gerade mit Sven in der Nähe gewesen, ne? Was? Dalu kann bestätigen, dass ich da reaktor war. Kalle und ich runtergegangen waren beim Reaktor. Genau. Mike. Ja, Lissi? Ich hab mal ne Frage. Du standst da bei Electrical letzte Runde und hast ne halbe Stunde in den Gang da reingeguckt. Was hast du gemacht? Meditieren oder was? Ne, ich hatte Angst vor Dalu, der war nämlich vor dir da, der ist dann Richtung Security hochgelaufen. Und dann bin ich Lower Engine und muss da jetzt dieses Ding da ausrichten und da hab ich dich kurz gesehen. Und ich hatte Angst, da an der Ecke zu sterben, weil ein bisschen da gekommen ist. Mike war letzte Runde die ganze Zeit bei mir in der Nähe an den Kameras. Ja, komischerweise war hier jeder bei jedem irgendwie und trotzdem sterben Leute und irgendwie ist jeder bei jedem irgendwann auch schuld gewesen. Wir waren zumindest beim Reaktor und ich glaub, noch irgendwer ist derzeit noch. Wir waren, wisst auch. Jay ist ja wurscht, da ist ja keiner gestorben. Jay und Jay waren nirgendwo vorhin, also. Bisi, würde ich jetzt in den Hörchen zu kommen machen, wenn ich mich rauskomme. Also ich kann, ich hab Jay jede Runde gesehen. Lila und Pink haben mich gesehen. Ich hab Jay jede Runde gesehen. Jede. Davor die Runde? Ja. In Electrical. Da wo Sven gekillt wurde. In jeder Runde hab ich Jay gesehen. In jeder. Ich verstehe nicht, was das Problem ist. In jeder. Hm. Also du hast gerade Karte geswipet, Sepp, wie ein Weltmeister? Wahrscheinlich nicht so. Ja, ich werd das niemals fertig kriegen. Wir werden auf jeden Fall, werden wir sterben, weil ich das nicht hinkriegen muss. Wir werden wahrscheinlich eh sterben. Ich bleib bei Karte. Wen voten wir denn nicht? Also, ganz ehrlich, Dalu. Ganz ehrlich, wenn ich so ne Aussagen von Dalu schon höre, dann... Dann hast du ne Tipp für die Karte. Für mich ist es Jay, ihr votet nicht mit, somit werden wir sterben. Hä? Ich worte die ganze Zeit mit. Ja, ihr beint zufällig gegen mich, oder was? Ich nö. Ja, wir sind zwei Imposter. Ja. Und wieder verloren. Good job. The fuck? Ja. 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 Ich gucke dich. Ja. 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 Okay, das ging schnell. Hast du direkt reportet oder was? Nee. Aber wer ist tot? Ist jemand tot? Mike. Also ich habe Mike gesehen und der lag vor dem Oxygen-Ding tot rum. Und dann dachte ich, ich reporte ihn lieber. Daru, was hast du gerade noch gemacht? Seb, du bist dunkelgrün, oder? Weil ich habe Namen aus. Du warst auch bei mir. Genau. Danach bin ich Richtung Leitz gegangen, weil ich da lila gesehen hatte, glaube ich, dass es lila war. Und ich habe versucht, wieder Jay zu folgen, weil ich will, dass wenn Jay einen killt, direkt reporten können. Hast du es hingekriegt? Nee, ich habe nur gesehen, wie du am Ende bei Weapons warst, wo ungefähr die Leiche liegt, oder? Ja, das ist richtig. Ich bin durch die Cafeteria gelaufen und war dann bei Weapons noch nicht um die Ecke quasi. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Da kann er wohl liegt dann genau die Leiche. Vor dem O2 habe ich ja gesagt. Genau dran, als wenn das eintippen wollen würde. Ja. Also kurz davor. Seb, was hast du gemacht? Ich habe die O2 dann gemacht. Ich habe die Karte wie in der Tag ist geswiped, was nicht funktioniert. Du hast den Code eingetippt, ne? Ja. Und dann war fertig? Ich war die ganze Zeit hinter dir. Was? Ich war die ganze Zeit hinter dir, Dalu. Wo warst du eigentlich? Ich war die ganze Zeit mit Dalu unterwegs. Wir waren auf der anderen Seite vom Reaktor. So, Kalle hat reporten, entweder Self-Report oder Jay. Einer von den beiden sind auf der Seite. Kann einer denn Seb confirm? Ja, ich war halt bei Shields. Du kannst doch die ganze Zeit mal bei Atmen vorbeikommen, Jay. Dann siehst du mich da an dem Kartentable. Ja, was weiß denn ich? Kann mir einer sagen, wie man das macht? Dann sind wir auch endlich durch. Also, ich wollte jetzt wieder, Jay. Es kann aber sein, dass Kalle aus Versehen kill und Self-Report gemacht hat. Ausnahmsweise stimme ich dir zu, Dalu. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, dann wird Kalle gekillt und aus Versehen reportet haben. Und dann haben wir eh verloren. Wir haben eh verloren, weil ich die Karte nicht geshript kriege. Ja, deswegen, Seb muss ja mit mir helfen beim Voten. Ich vote die ganze Zeit für Jay. Huh. Hi. 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 Alles klar, Dalukat, alles klar, what the fuck, Alter, du bist so ein Asunzianer von Kalle. Ich bin hinter dir gewesen, also. Ciao, Kalle, war schön mit dir. Kalle! Wer war denn der ganze Poster, ey? Ich hab Kalle seit der ersten Runde verdächtigt, aber keiner hört mir zu. Ich hab vier Leute getötet, du hast nichts gemacht. Du bist die ganze Zeit zusammengelaufen, wenn wir Double Kill machen und immer als wir dann zu viert irgendwo in dem Raum waren, bist du wieder weggelaufen. Warte mal, Kalle hat den Runde getragen. Ja, dann ruf dich doch mal auf dein Handy an. Ja, deiner Mutter. Also Kalles MVP der Runde, glaub ich. Das Ding ist halt, Mike hat's halt wirklich von Anfang an gewusst und ich wusste nicht, wie ich Mike aus dem Spiel kriege. Es war zu schwer, ich wusste nicht, wie ich ihn rauskriege. Aber ich hab extra die ganze Zeit wieder nichts gesagt, weil ich nie was sage, wenn ich Crewmate bin. Und deswegen dachte ich, wenn ich jetzt anfange zu sabbeln, dann ist es schwierig. Kalle, ich hab mich gar nicht so im Verdacht, aber Jay habe ich jede Wurme gevotet. Ich hab von Anfang an Kalle gesagt, aber keiner zugehört. Ja, vor allem in der ersten Rundestunden. Wie funktioniert jetzt diese Scheißkarte, Leute? Ich bin stolz auf deinen Killern, Maxi. Ey, Jay, ich wusste auch, dass du mich killen willst bei Security. Ich bin nur weggerannt vor dir da hinten. Ich weiß. Und dann lauf ich Kalle in die Arme. Ich weiß, das ist das Beste gewesen. Ich dachte so, ja, Mike, jetzt hab ich dich. Ja, das war zu spät. Da kam instant der Report, ey, Mann. Das war bitter, Kalle, das war aus Versehen, oder? Ja, ja, das war übelst aus. Und dann so, hast du das Self-Report? Und ich so, äh, nee. Und dann dachte ich eigentlich schon, dachte ich eigentlich schon, dass ihr das checkt, aber ja, gut. Hey, du bist am Ende angekommen. Und? Wie war's? Wie haben euch die Doppelfolgen gefallen? Gut? Schlecht? War nicht so gut? Dizzy, du spielst scheiße? Dallocat ist einfach ESL Pro Series? Jay, warum meckert er immer so viel? Lass mich das doch gerne mal wissen. Schreibt unten einfach mal in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat. Däumchen ist ein Träumchen. Runter hoch, spielt keine Geige. Es ist auf jeden Fall Feedback für mich, und ich würde mich sehr freuen, und auch der Cutter. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, wann auch immer ihr das gesehen habt. Bleibt gesund und, äh, haltet die Ohren steif. Ich bin raus, bis in den Tschö. Peace!